so leute hier ist noch ein video von diesen komischen mann und los geht's fängt gut an jetzt nicht mehr so gut ja also ja kann es sein dass wenn der mann heiratet die frau weg rennt wenn ja dann schreibt in die kommentare noch mehr kommers noch mehr und noch mehr big mac oder was auch immer das ist ja schon das was mir im video Tschüss.